Untertitelung des ZDF, 2020 Entschuldigung. Entschuldigung. Und dann machen wir noch mal. Nur, guck, dass wir nicht über den Schatz stehen. Wie wird diese da? Ja, über den Schatz. Lass mal nicht hoch. Hähähä. Hähähä. Ja. Ja, wie gut. Das ist okay. Danke. 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 Ich sag nicht, meine Oma hat mal einen Sonnenuntergang fotografiert und die Freundin davor und die Freundin sich mal angelauntet hat und der Sonntum gegangen war voll. Aber wirklich so. Na, wir wollen doch einen Sonnenaufgang haben, nicht? Ja, wenn der Sonnenuntergang ist rot, ist das mal so. Eben, genau.